Herzlich Willkommen zu FIFA 23. In der letzten Folge hatten wir gegen Deutschland gespielt. Unentschieden. Deutschland ist immer noch Tabellenspitze. 12, 13, 14. Wir könnten noch gleichziehen mit Deutschland. Und ich würde sagen, wir starten in die Partie gegen Rumänien, gegen Schottland. Warum die Namen da nicht sind, weiß ich nicht. Ich lasse es mal durchlaufen, weil, ja, also, Musik ist aus. Wir haben den Kommentator, den Stadionkommentator, aber da ich wegen dieser Lizenzgründen, habe ich ja in der letzten Folge erzählt, ist das aus. Also das heißt, wir haben auch keine Nationalhymnen. Aber coole Shirt von Rumänien. So, wir haben einen Anstoß. Und, also, ich glaube, jetzt habe ich nur auf Deutschland geachtet. Jetzt weiß ich nicht, wie gut wir stehen in der Tabelle, tatsächlich. Ob der Zweite uns gefährlich werden kann. Äh, der Dritte meine ich, aber naja. Boah. Das war ja mal mega ein Schuss. Der war, glaube ich, abgefälscht, ne? Ja, mega krass. Sonst wäre er drin gewesen. Ja, ob der Dritte uns gefährlich werden kann, das habe ich jetzt nicht gesehen. Äh, ja. Aber, ich glaube, wir haben schon einen Vorsprung gegenüber dem Dritten. Aber sicher bin ich mir nicht, leider. Was denn aber auch laufen, ne, Robertson? Dann aber auch laufen. Ja. Ey, war das nicht faul? Okay. Lel. Kann man mal machen. Oh, Watson. Oh, dann bitte einfach mal gucken. Nein. Oh, das könnte was werden. Nein, warum hat er ihn nicht angenommen? Again. Why? 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 Okay. Zu offensichtlich, leider. Stark gemacht von Gold. Stark. Wo steht Gold eigentlich? Was ist das? Zweiter Sturm, okay. Adams und Gold. Muss ich mir mehr angehen, weil ich würde schon, also Europameister, also zumindest, wir haben ja, glaube ich, unser Auftrag in die 16. also Achtelfinale reinzukommen, glaube ich, nee, ich glaube, ich glaube, hier Viertelfinale und Weltmeisterschaft Achtelfinale, ich bin mir aber nicht ganz sicher tatsächlich, aber ich stecke mir gleich das Ziel, zumindest Finale. Für beide Events würde ich gerne ins Finale reinkommen, natürlich würde ich auch gerne den Titel gewinnen, aber wie ist jetzt da mit Schottland, also wir haben ja gesehen, Deutschland ist auch ein Unentschieden geworden, das ist, ich weiß nicht, wenn man jetzt gegen richtige, in Anführungszeichen, Länder spielt, wie jetzt England, Frankreich oder sowas, Italien, Spanien oder so, wenn man jetzt gegen solche Länder dran geht, weiß ich jetzt halt nicht, wie das halt ist, und wir wissen, ob wir da dick im Business sind oder ob wir verlieren, ne? Woah? Hä? War das kein WM? Hä? Warum hat er denn nicht gelupft? Ich beschwere mich nicht, ne? Aber er war halt drin von Adams, jetzt haben unsere zwei Stürmer Tor gemacht, aber lol. Ich dachte, ich habe L1 gedrückt für lupfen. Ach, da wollte ich zu viel, da wollte ich echt. Nein, das können wir nicht brauchen. Oh komm, das hätte er, das hätte er mit, äh, den hätte er anhalten können. Das war ja richtig blöd. Das war ein Guss, so. Von ein Konter. Oh mein Gott, war der gut. Wie gut war der, also ich habe mir den Namen leider nicht gemerkt. Aber wie gut das gemacht war von dem einen, der die Vorlage gemacht hat. Der hat den ausgespielt, dann hat er den Ball da doch noch mit reingenommen, dann hat er den Ball noch gut kontrollieren können. Dann noch, äh, ähm, ne Vorlage zu zaubern und ihn hier dann noch rein zu machen. Also ich habe gedacht, er macht den nicht rein, weil er diesen Auswärtsschritt gemacht hat, gerade eben nach rechts. Aber dass er ihn dann noch getunnelt hat, oh, okay. Das ist mega nice gerade. Das feiere ich gerade. Das ist mega nice. What? Ah! Nein, 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 nein. Na, abseits, ne? Warte, warte, warte. Lass mal gucken. Vielleicht Flanke. Boah! Stark. Stark gemacht. Ich weiß auch nicht. Ist das jetzt die letzte? Also, das ist jetzt, glaube ich, unser siebte Spiel. Ich glaube, das war es denn, oder? Wir haben jetzt gegen all Länder aus der Gruppe gespielt. Ähm, normalerweise müsste doch gleich Achtelfinale weitergehen, oder? Und wie sieht es eigentlich aus mit der Bundesliga? Kommen wir da nochmal zurück, oder ist das gleich vorbei? Das würde mich interessieren. Ob wir jetzt hier einfach das... Boah! Okay, ich wollte schon sagen, ob das jetzt hier gleich vorbei ist, oder ob wir gleich wieder Bundesliga gehen, oder hier noch weitermachen. Ich bin sehr gespannt. Also, in der Spielerkarriere ist es halt so, wenn du halt in so einen, ne, also wenn das jetzt hier in Achtelfinale reingeht, machst du auch Achtelfinale direkt weiter, ne? Also, da gehst du nicht zurück. Zumindest ist es in der Spielerkarriere so. In der Trainerkarriere weiß ich das nicht. Tatsächlich ist das Let's Play auch das erste Mal, dass ich hier in der Karriere drin bin. In der Spielerkarriere. Ich spiele sie auch nicht privat. Ich spiele sie halt wirklich nur, wenn es Let's Play, also wenn ich es halt aufnehme hier. Sonst privat spiele ich halt nur die Spielerkarriere. Aber den Teammanagement hier habe ich noch nicht so gespielt. Ich glaube, das war abseits, ne? Nein? Doch. Ich wollte schon sagen. Ja, ja, brauchen wir uns nicht drauf aufkeilen, das war abseits. Sehe ich ja ein. Ah, Gaud hat ihn zu weit vorgelegt, der wäre ideal gewesen, Fairlands, der wird durch gewesen damit. Aber leider... Das wollte er nicht sein, nicht? Oh, den hätte ich haben müssen. Der ist drin. Oh mein Gott. Okay. Das war richtig peinlich. Ab hier hätte ich, nein, also ab den ersten hätte ich direkt haben müssen. Das war... Blöd gelaufen. Oh, der war auch noch abgefälscht, wa? Oh, blöd. Aber wir haben einen Vorsprung. Also wenn die halt gewinnen müssen, müssen sie eh drei Tore schießen. Sonst ist es für den unentschieden und ich glaube, weit kommen sie eh nicht. Also Rumänien ist, glaube ich, eigentlich schon draußen. Das hier ist eigentlich nur noch so ein Spiel. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt wichtig ist für uns. Also ich weiß, wir haben sechs Spiele. Elf Punkte haben wir, 14 könnten wir erreichen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das für uns eng werden kann. Weil ich jetzt den drittplatzierten nicht gesehen habe. Ob der jetzt, weiß ich nicht, neun Punkte hat oder so. Und wenn der gewinnt, dann sind wir draußen. Tatsächlich. Na? Boah! Faul rausgeholt. Okay. Die haben getauscht. Ah, müssen sie ja wegen Rot. Unsere Chance. Weil jetzt sind glaube ich nur noch zehn Leute auf dem Platz. Sicher bin ich mir jetzt nicht. Mal gucken, was ich da so machen kann. Nichts. Boah! Aber unser Spieler ist nicht verletzt, ne? Das sah so aus, als wenn er gerade rausgetragen wird. Ne, am Spielrand ist er auch nicht. Okay. Der ist zum Glück nicht verletzt. Das ist super. Ich würde mal hier echt gerne einen Elfmeter raushauen, ne? Das wäre schon ideal. Aber irgendwie schaffe ich das nicht. In der Karriere zumindest. In der Spielekarriere habe ich Elfmeter zu Dutzend gemacht. Aber hier, beim Display, überhaupt, nein. Ich krieg nur die Elfmeter. Reingedrückt. Aber selbst welche machen, nein. Das sagt, sagen sie nein. Boah! Was war das denn, Alter? Dass er so in die Dings reingeht? Krass. Hätte ich nicht gedacht. Boah! Das könnte was werden. Nein! Ach, schade. Ich werde auch gleich wechseln. Weil ich habe Angst, dass wir gleich die Achtelfinale oder so kommen. Im nächsten Game. Und dann hier keine fitten Spieler mehr haben. Warte mal. Das muss eigentlich gehen. Ja, komm. Ne. Ach, schade. Es hat keine M勝 ist. Aber ich dachte, er drückt noch ein Auge zu. Vielen Dank. Okay, für die Halbzeit auf jeden Fall besser als das Deutschlandspiel. Ich sehe gerade, die sind nicht alle richtig. Aber da kümmere ich mich mal in der nächsten Folge, oder das mache ich offscreen, gucke ich mal, wie die da alle so stehen. Das war ja überall gelbe Ausrufezeichen gerade. Und ich habe auch gesehen, wir haben keine rechte Verteidigung. Ich wollte Hickey austauschen. Aber da haben wir leider nichts. Wir haben nur Unverteidiger. Ich weiß nicht, ob Unverteidiger gehen. Keine Ahnung. Mal gucken. Adams. Ja. Das zeigt auf jeden Fall Einsatz. Und das ist wichtig. Wer Einsatz zeigt, ist auch bei mir richtig. Oh! Inventer Nein! Oh, zum Glück war das kein Foul, sonst hätten wir locker rot gesehen. Machen wir das so. Weil ich möchte Viertelsspieler haben, wenn es jetzt gleich wirklich zum Achtelfinale kommt. Weil wir haben jetzt gegen Ungarn, Rumänien, Deutschland und noch ein Land gespielt. Uku-Ukwai, ne, Ungarn. Ja, ich glaube, das waren alle Länder, ne? Tatsächlich. Mehr haben wir nicht. Oh, Gold. Oh, stark gemacht haben wir das zu weit vorne gelegt. Oh, ich hätte ihn stoppen können und in die Mitte gehen sollen. Aber das war es mal nachher besser. Welche Taktiken am besten waren? Ja, und Kopfflanke, also, ja, mit Flanke mache ich, oh, ich weiß nicht, die Schotten sind eigentlich auch klein. Obwohl der jetzt hier ein bisschen groß ist, also groß wirkt. Aber ja, eigentlich sind die ja, glaube ich, klein, ne? Also mit Flanken, der müsste mal raus, damit der auch wieder fit ist. Das wäre geil gewesen, wäre Adams, ich glaube, Adams war das, oder Gold, Gold, wäre er in der Mitte geblieben und nicht als rechte Flanke dann nochmal rausläuft. Dann wäre es auch, ach komm, steh auf. Wie er sich noch schnell hinfallen. Ja, da hast du die Linie schnell hinfallen, wegen Elfmeter, weißt du? Alter, wie ekelhaft kann man nur sein. Adams, lauft doch. Oh man, kann man eigentlich die Spieler sagen, dass sie irgendwie nach vorne laufen sollen? Wenn ich jetzt vorab, hier vorne zu schießen, das jetzt zu den Spielern sag, lauft mal vor, geht das? Das würde mich mal interessieren. Falls ihr es wisst, gerne in die Kommentare damit. Wie gesagt, die Spielerkarriere spiele ich halt wirklich nur, wenn ich aufnehme. Und so viel kenne ich tatsächlich nicht von FIFA. Also von FIFA 23 zumindest. Wäre cool, wenn das geht, weil man hier irgendwie anzeigen könnte, ja, lauft mal ein bisschen nach vorne oder so. Das wäre nice. Oder wenn es nicht geben würde, wäre es eine geile Spielmechanik tatsächlich. Dass man sagen kann, ne, ein bisschen so mit den Spielern halt auch kommunizieren, anstatt hier die, ne, immer so zu machen. Einfach weg den Ball. Ich habe halt, genau, die habe ich schon gedruckt, vier Ecke, deswegen konnte ich nichts mehr machen. Die Aktion. War im Gong-Jeh. Ne, und dass man jetzt vielleicht sagt, ja, lauft den ab oder sowas. Ah, okay. Alles klar. Okay, keine Ahnung, was das wieder ist. Ja. So wie es aussieht, kann man... Ja, jetzt laufen die auch nicht mehr. Das verstehe ich nicht. Warum Gold jetzt nicht läuft? Nur Adams. Selbst Adams läuft nicht richtig. Boah, Mann, warum ist er denn nicht... Also, hä? Warum ist er denn nicht dahin gerannt? Ist doch dämlich. Und das zu 11 zu 10. Das gibt es doch gar nicht. Ist doch peinlich sowas. Oh, ich schlage mal von Hicke. Komm, Adams, lauf. Ja, jetzt. Jetzt. Okay, den habe ich mir selbst versaut. Ich habe diesen super Schuss gemacht und ja. Hätte ich den mit R1 gemacht, wäre er safe drin gewesen. Aber ein bisschen Spannung muss auch rein gehen. Boah, stark. Ich wusste gerade echt nicht, was für Sache ist. Oh, komm, als ob. Man kann sich aber auch anstellen, ne? Na gut, der Schiedsräter hat auch rot gegeben, ne? Also, es ist halt zu Gunsten für uns, aber trotzdem. Das war jetzt nicht so ein Riesenfaul, muss ich sagen. Also, es ist einfach nicht so ein Riesenfaul, muss ich sagen. Das war zum Glück kein Absatz. Ich habe gesehen, wie die ganze Verteidigung den Arm gehoben hat, war kein Absatz. Aber auch wieder knapp, muss ich sagen. Echt knapp wieder. Also gefällt mir eigentlich nicht so ein knappes Ergebnis. So ein 4-2 oder so, das wäre schon angenehmer. Aber ja. Am geilsten wäre jetzt zu null, aber... Oh, nein, den hätte ich gehabt. Blöd. Oh, der ist stark. Aber wie Adams da gerade durchgegangen ist. So was möchte ich sehen. So was möchte ich auch sauge gerne für den HSV sehen. So einfach mal probieren. Also mehr als nichts passiert halt nichts. Einfach mal solche Schüsse oder einfach mal die Lücke nutzen. So was möchte ich sehen. So was, was Adams gerade gemacht hat. Das war mega, die Aktion. Okay, was war das denn? Mega verwirrt gerade. Okay, also Gold, Gold ist ja auch richtig... Durchgelaufen, ne? Also der hat auch kaum Ausdauer mehr. Aber, ja, solide Spiele. Dafür, dass Rumänien Gruppenletzter ist, hätte da eigentlich mehr sein müssen. Also mehr gehen müssen, in der Tat. Aber kann man nichts machen. Es war kräftezehrend in der letzten Folge gegen Deutschland. 4-4. Das muss man auch erstmal so wegstecken. Und so viel Zeit hatten wir, ich glaube, drei Tage hatten wir jetzt Zeit. Wovon von den drei Tagen eine Trainingseinheit war. Aber hey, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir sind sogar jetzt 8. Finale, weil die sich jetzt umarmen. Bin ich mal gespannt, wo unsere Reise in der Europameisterschaft, 2023 glaube ich, ist das, hinbringt. Okay, nirgendwo erstmal. Wir sind erstmal wieder zurück zu Hamburg, also in der Bundesliga. Und in der nächsten Folge geht es gegen Braunschweig. Braunschweig, wo liegt Braunschweig? Braunschweig, Nummer 13, okay. Magdeburg, okay. Magdeburg ist draußen. Karlsruhe ist wieder reingegangen in den letzten Streien. Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt 10 Punkte Vorsprung von Hannover. Das sollte uns, glaube ich, also das ist genug Puffer, um diese Saison zu beenden. Zumindest auf Platz 2. Platz 1 ist natürlich auch möglich, aber dann müssen wir siegen. Alles weitere erfahren wir in der nächsten Folge von FIFA 23, wenn es heißt Braunschweig gegen HSV.